LuchaLarry Der LuchaLarry Das ist die mit dem Teleporter Geile Teethon! Was geht denn mit denen? Da siehst du, auf jeden Fall siehst du diese Peile da führen die Teleporter hin So ein komisches Tor ist das Doktor, meinst du LuchaLarry? Und da kannst du immer nur in eine Richtung gehen Wir haben mal einen Fun-Mode, einen Fun-Mode hatten wir die mal Ja, so können wir jetzt kannst du den Larry jetzt machen Nö, hab ich doch schon jetzt erzählt Krass mit der E hier Muss ich nicht weg, oder passt das hier? Oh, das passt schon Wie mach ich eigentlich am besten Rauchgranaten? Wenn sie zum Beispiel schnell durchpushen irgendwo, dann kannst du sie abzuhauen Hey, du bist Sage, du kannst überhaupt kein Rauch Hä? Wir reden doch nicht von mir Ein Brimstone Ach, der Kisser Sage Oh, shit Oh, shit Und ich frage einfach Ja, ja Ich frage einfach Ich frage einfach Wow Ich glaub wir hören jetzt auf Bis rüber, ne? Die sind drüben Spike platziert Nicht schleichen, Janis Nicht schleichen, Janis So, ich... Ich frage einfach... Scheiße Geschützturm steht So, da rechts können jetzt Gegner sein Nicht so stehen Bis, bis offen Kommt der... Doch, Mann! Der Leben der Verbündeter Ja Ich kann nicht wo's flank geht Das ist... Ich spüre da hinten was Keine Ahnung was Da oben hast ne Map Irgendwo zu A oder zu B rumlaufen Komm mal bitte mit nach A 2 A... 2 A können wir auch machen Ja, aber ihr habt Verteidiger Halt Also Killjoy kann ja besser einen Punkt halten Als wir hier Und Jan ist nicht so viel K.O. Ja gut, ja gut Verdammt Und ich? Ja Auch vor... Pass auf Da machst du dir links in Schritte Flippt Spike platziert Falco flieg Geblendet Letzter lebender Verbündeter Oh shit 2 Piu! Umgefallen So ein Luncher Teuer Name Oh, ich will Gott, ich will auch Drück einfach auf Aufgeben Mach ich doch noch Was denn für ne Einstellung? Ja, ich hab das jetzt so kassiert Und hab... Jetzt sind vier Ja, vielleicht besser so Komm, komm, komm Ne, ich will Herrschutz machen bei... Bei B da Das kann ich halt nix Schnitttot Naja Oh shit Oh... Oh... Gilles, bleib der Elf bitte Wie... wieso? Ich hab... Das ging alles in den Körper rein Es haben nur zwei getroffen Der Lucha Leventite Oh, ich hab euch verwechselt Ja Ich meinte dich Peri, du sollst da nicht sterben Spike platziert Ey, ich hab mindestens sechsmal getroffen Und nur zwei haben gezählt Ah, jetzt fangt der schon mit Shotgun an hier Da hab ich so auch schon drin Letzter lebender Verbündeter Achso, der... Oder... Gegen... Warten los! Der Lauf bei uns Trinkt was Ladet die Magazine Und dann geht's gleich weiter Mhm Geschützturm steht Geschützturm steht Ich spare Wir müssen uns unser Land zurückholen Oh, das passt schon Sucht sie Rauch im Anmarsch Naja, die gehen alle nach A mal wieder Nice Schön Spike, noch mehr Radio Ah, Spike Braune Waffe, braune Waffe, braune Waffe Spike ist bei A Geschützturm steht Lade nach Ich geh scouten im Badezimmer So jagen Vielleicht hinter uns, ne Einer vor Badezimmer Ah, zu hoch Beide vor Badezimmer Okay Halko, flieg! Halko, flieg! Badezimmer Noch 30 Sekunden Ein Gegner übrig Nice Vorsicht Das gibt's nicht Noch 10 Sekunden Halt Hat keiner gesehen? Ich... Jetzt sind wir auf der richtigen Fährte Weiter so! Ohohohohohh Platziere Tom Scheisse Wir haben's geschafft Und von hier an ist nur noch der Sieg. Pass auf Janus, deine Waffe ist nicht so gut auf Distanz, ne? Steps hier. Mindestens 2b. Okay. Mindestens 3, 4. Jojojo, ich komm. Sehr gut. Raze und Phoenix waren long. Hast du aber auch ne Heilung? Als ob! Beide long. Die haben noch die Bombe, ne? Ja. Die gehen zurück. Gehen zurück. Sie sind ein. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Die dürfte da noch sein, bei wo er geplantet hat. What? Der Operator? Ich krieg's nicht. Ich krieg's auch nicht. Der war rechts. Schön. Operator im Badezimmer. Jo. Was ist das denn hier? Eine Kristallkugel. Das war besorgniserregend, Drainer. Ich mach mal Heaven. Platzieren, Drainer. Keine Gefangenung, da. Keine Gefangenung, da. Das ist vor wem. Boah, dahin kam mir der Maus fest. Der auch. Einer aufladen. Ach, wenn du Raze war noch kurz. Smoker am besten hier, Janis. Oh. Wartezimmer. Jetzt ist auch egal. Ich hab nichts getroffen. Außer zwei. Du. Bei mir war's sehr peinlich. Ich hab nichts mehr gesehen. Aber die macht schöne Sounds, wenn die feuert. Geschützturm steht. Als würde... Gott die Map streicheln. What? Ja. Sie haben Nerven. Schwul. Körper soll er sich an. Ich streichel auch gleich mal, danke Gott. Hier, bounce. Ich hab die noch geblendet. Das ist super pervers. Komm jetzt diesmal hin. Macht einfach, was bisher geklappt hat. Ja, war ich schon sehr wenig. Komisch, seit wir gewinnen will er gar nicht aufgeben. Aber hat er doch FF geschrieben? Tja. Geh mal lieber rüber. Ich glaub, die kommen nicht mehr weh. Ja, da dachte ich mir auch grad. So, jetzt machen wir nochmal. Ich unten, du oben. So wie letzte Woche, ne? Oh ja. Ja, war klar, dass die Zeug kommt. Ich hab' erwischt. Ein Gegner übrig. Der ist nicht doch rüber. Spike in B. Zwei. Oh, Wolfkill. Ich riech'n Wolfkill. Der Wolf macht Schaden. 30, ja. Pass auf, Janis. Der ist hier irgendwo, ne? Er ist A gegangen. Oh, ja. Nice. Gut, dass er uns sagt, wie viele Kugeln wir brauchen. Wenn er nur 2 AP hat. Erstmal vorrechnen. You guys are joke. Der Schöpf-Zaum steht. Pfff. 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 Zusammen. Aus dem Weg. Oh, auch den Ball B-Long. Nee, warum ist die nicht geblendet? 3-Long mindestens. Pfff. Ich weiß genau, wo ihr seid. Hier ist jetzt eh, dass sie da drinnen ist, Janis. Nein, 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 das war Janis. Achso, das war Janis. Können wir aber trotzdem rotieren. Ja, die scheinen A zu sein. Die Dings ist schon ganz weit hinten. Ich bin wieder belohnt. Spike platziert. Du bist noch nicht kaffig. Es ist irgendwie anders. Mach mal mich ne... Hast du ernsthaft mir ne Bucky gegeben? Fuck. Gegner bei A gerichtet. Pass ein. Natürlich direkt vor. Letzter Leben der Verbündete. Ah shit, hab ich gar nicht gesehen. Scheiß Bucky. Geile Titen sind tot. Ich glaub von da kann keiner mehr kommen. Ja. Aber von rechts. Jetzt verstehe ich, wie lästig meine Heilung sein kann. Ich kann kaufen. Wir können alle kaufen. Chris, der hat am wenigsten. Chris, verkauf mal. Ich hab maximal. Kann mir das jemand kaufen? Oder den Doktor Mundstuhl. Der hat noch weniger. Ja. Lödig. Tödig. Tödig. Was auch hier? Wir haben verloren, jetzt geh ich. Meld ich gleich. Ich verschläge da A. Scheiße. Pass auf, hat geultet. Ist nicht drauf. Mauer errichtet. Gegner bei A. Widersacher beseitigt. Spike platziert. Träniere härter. Nice. Träniere ist noch einer. Ah! Ein Gegner übrig. Da schlemmt. Wie das hört sich nur. Letzter Lebensverbündeter. Oh, schade. Wir haben eine Runde verloren. Wir, 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 wir. Melden. Boah, ich könnte normal salty sein. Was ist denn das für ein Mensch? Glaubt ihr, er ist einfach nur behindert. Ihr Gegner sieht nur Zuversicht. Ihr habt ja verloren. Ihr habt ja verloren. Ja. Verraten Sie mir. So. Gannis, meld den auch mal. Hab ich. Sind's denn? Also. Sehr gut. Schon am Anfang. Ganz am Anfang. Runde Null. Kevin, lässt du mir das? In dem ich schon Witz genannt hab. Da war er schon. Alle Dinge eingehakt. Das war der Phoenix. G'seht zu und lernt. Oh, ja. Ein schöner Score. Ja, ja. Heute ist ja noch Witzel lustig über mich hier. Ich hab genau denselben Score. Das mein ich damit. Ich hab bei B was geblendet. Gegner getötet. Da sind ganz viele im Fenster. Ah, der Zweifel ist low. Wobei, das ist bestimmt geil. Das gibt's nicht. Entweder läuft die Runde oder nicht. Die läuft nicht. Hm. Komm zurück. Letzter Leben der Verbündeter. Ich hab's einfach kaputt schießen können. Wobei der Kill und dann noch mal unsichtbar werden. Links. Und links und vorne. Eigentlich überall. Trinkt zwar keiner. Doch, die Raze, die dich getötet hat. Letzte Runde vor dem Wechsel. Jetzt gönnt euch nochmal. Danach hilft euch euer Schaden. Die war doch nicht rechts in der Ecke. Janus war hier. Die war da. Also muss die rechts sein. Also von seiner Sicht ist das nicht rechts. Hä? Er steht. Warte, wo? Wenn er hier steht. Hier und guckt dahin, dann ist doch rechts hier. Aber der hat doch dahin geguckt. Alles mal geschickt. Er hat hier hingeguckt. Ich kann nicht mehr markieren. Ich darf nicht mehr markieren. Er hat doch long geguckt. Sucht sie. In die Tür geguckt. Ich höre alle bei A. What? Warum seht ihr durch? Ich glaube ja, das ist gesmoked. Ich weiß genau, wo ihr seid. Spike platziert. Warum muss ich das noch einkillen? Besser uns go als Kevin, ey. Ich werde nicht frei. Ich werde nicht mehr rein. Ich werde nicht mehr rein. Äh, der Sandklammklimmich. So, dass auch genommen wird. What? Okay. Schnell, Janus, noch wiederbeleben. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, mache ich's. Mach ich's. Ich hab mich einmal meiner Heiler-Dings genutzt. Seidenwechsel. Vertraut euch gegenseitig, dann wird das schon. Nee. Mann, Mann, Mann. Geil, Rüstung. Ach ja. Ja, sammel ein. Was ist das denn? Dieser Kuchen. Wer wird ihre Heiler-Dings genutzt? Oh, ich hab die Sages sogar durch die Wand getroffen im Badezimmer. Können wir. Okay, machen wir das mal. Kevin, hast du gehört? Nee, aber ich komme einfach. Wer wird ihre Heiler-Dingung? Wir warten einfach hier 30 Sekunden erstmal. Okay, mir ist langweilig. So, bei einer Minute gehen wir mal so langsam zu B, aber wir... Nee. Wir ducken uns, okay? So ganz sneaky. Kann ich auch schleichen, oder muss ich ducken? Nee, komm, ducken. Schaffen wir das nicht. Das schaffen wir aber nicht in 30 Sekunden dahin. Nee. Äh, nee, bei einer Minute gehen wir los, hab ich doch gesagt. War keine Absicht. Schönes Ding. Gehe zu B. Und go. Gehe zu B. Ach ja, ducken. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir auch nicht in einer Minute. Ab hier, ab hier jetzt. Ich hab nix ab hier rauf, da. Mann. Deine Taktik sollte aber schon mindestens 1% Chance haben, dass wir schaffen. Hattest du aber jetzt alle 5 von meinen, wenn die anderen ballern? Oh, die Schade ist hier bei mir. Falko, flieg. Gegner bei B gerichtet. Gegner bei B gerichtet. Noch 30 Sekunden. Hinter uns, von hinten. Erledigt. Letzter lebender Hand mit haben. Ein Gegner übrig. Spike in B. Noch 10 Sekunden. Nein. Der Kopf verfehlt. Boah. Ballert nochmal weiter. Oh, jetzt hast du gedenkt. Ja, der leile Titel. Ich, sein dritter Kill, ne? Irgendein Erfolgserlebnis muss er ja haben. Ziel nahm erst jetzt. Wieso haben wir jetzt eigentlich nicht dauerhaft... Wie? Ich sag den die ganze Zeit. Ich dachte, du meintest einfach so. Auf die Schose hier im Hauf. In echten Krieg ist auch keine Wand. Nicht? Keine Ahnung, war noch nie im Krieg. Falco, flieg. Geblendet. Lade nach. Lade nach. Ich heile ihn. Nehme ihn wie sech. Ich heile ihn. Nehme ihn wie sech. Der muss da immer noch sein. Der ist mittendrin im Feld. Letzter lebender Verbündeter. Spike in B. Scheiße, irgendwie. Und drei. Ich hab den... Nein, ist fein. Oh, du bist schade. Hehehe. Alle tief durchatmen. Eure Herzen schlagen wie wild. Mal versuchen. Geile Tieten. Ich will lieber einen geilen Sieg, aber... Wird's schwierig mit nur vier. Obwohl's besser läuft, seit der weg ist. Ja. Irgendwie schon. Ich steh auf einmal positiv. Wow. Ach so, Leute. Lustig. Ich glaub hier rechts, Klaus. So. Shit. Die Beben. Der ist tot. Ne. Der eine hockt da noch. Nein. Da wollte ich das schon wegge. Das hast recht, Gehle. Ein Gegner übrig. Die ist oben. Aber du bist schlecht, glaub ich, oder? Ja, kann sie auch. Komm, das ist der mit den drei Kids. Das bin ich im Gegner-Team. Geblendet. Ich hab den Spike. Wie kriegst du denn? Noch 30 Sekunden. Wenn die damit jetzt rechnet, ne? Spike platziert. Such dich. Ich hab einen. Ich hab mal der letzte. Die werden los. Atmet weiter. Ich will deren Leben, nicht eure. Das war's. Wir, Janis, nimm du und braucht mal. Ich bin voll. Warum hab ich den Zuschauer? Ist der Typ wieder da? Kann sein, ja. Verstand das denn? Oder ist das ne Buggy? Könnte auch Buggy sein, aber ich glaub, der Typ ist wieder da. Ja, kann man ja machen nach 8 Runden wieder. Komm. Da ist Valorant, die ist ja zwölf. Nur zwölfjährige spielen Valorant, deswegen sind wir hier. Spike fallen gelassen. Zwölfjährige und... Ich hab keine Ahnung, wenn sie Generationen heißt. Du bist markiert, du musst das... F. Ich habe den Spike. Falko, flieg. Spike fallen gelassen. Ah, ist anscheinend rotiert, ne? Wie wär's, wenn wir einfach A gehen? Wenn wir nicht mal Spike... Komm durch den Teleporter hier. Jetzt müssen wir aber schnell machen, die wissen, dass wir hier sind. Hier ist es schon drauf. So halb. Aua, die hat nur einen Revolver. Oh fuck, rechts ist die. Eine ist Heaven. Zweier die da haben. Ich bin noch nicht hinter euch. Kann aber sein, dass da noch was kommt. Bei mir? Natürlich. Na klar. Ein Gegner übrig. Letzte kam auch von Heaven. Yo, ist Heaven. Doktor Mundstuhl ist zurück im Spiel. Wow. Wolltest du sie messern? Ja. Ich werde den Respekt vor dem Alter beibringen. Ich werde den Respekt vor dem Alter beibringen. Ich werde den Respekt vor dem Alter beibringen. Sollten wir das gewinnen, schreibe ich sogar easy einfach nur, weil das Arschlächer so ist. Klar gewinnen wir das. Na, es wird knapp. Ja, verteidiger sind... Aber sie werden langsam demotiviert. Wir nehmen jetzt unseren Majestu wieder. Der Jet ist hier. Ach, Donjahn ist nach rechts. Kann man voll gut durchgucken. Aus dem Weg! Hier! Tot! Spy! Go, go, go! Ja. Alarm-Bord laden ab! Guckt jemand kurz hier? Oh! Sage im Spawn. Noch einer. Ellbogen, glaube ich. What? Von dir ist jetzt einer. Da. Tap, nur tap. Nicht sprayen auf der Entfernung. Einer On-Spot, einer Spawn. Geschützturm steht. Klappe zu, Affelturm. Rechts in der Ecke immer. Sie werden sich beugen. Ah, Firmchen kaputt. Lauf. Ich laufe, Grieser. Bye. Jupp. Die hat ne Operator. Scheiße. Ah, nee. Scheiße, Phoenix ist nur meine Eiswanne gesprintet. Ja, ich hätte wohl gerne die Operator gehabt. Äh, ich nehm an A. Ich mach meine Ulti dann direkt, dann können wir drauf. Die Sage ist wahrscheinlich heaven mit ne Operator, also Vorsicht. Ja, die steht da. Ja, aber wie soll ich dich denn da holen? Ja, ganz schnell. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt schon. Nee, die ist, die ist Rage, Rage ist dort. Ja, ja. Ach, scheiße. Lampe. Guck mal, jetzt mal ein bisschen. Einer tot. Letzter Nesee vergnültet. Nein, der war voll verwirrend. Nanoshwan raus. Terminiert. Oh, Alter. Alter. Oh. Ich bin dem schneller helfen soll. Ja, ich hab meine Hand in der Hose gehabt. Immerhin, ehrlich. So, die durften nicht kaufen können. Ich hab auch schon schnell Krampfer auf die Map irgendwie geschaltet. Und dann. So halb. Gepingt. Gegner, mein Bild gerichtet. Dann sehen Sie nicht. Warte, Gis. Oh. Oh. Ist der da? Ist tot, ist tot. Ach so, stimmt, lol. Jetzt kann er sich aufregen. Ah, Cypher. Wollen wir zu Hause lieber? Falco, flieg. Na, helfen wir ein bisschen. Falco, flieg. Geblendet. Oh, ich habe ein A. Wie ist ich da fast hin? Spike in B. Wo seid ihr? Oh. Ich hab den Spike. Letzter Leben der Verbündung. Beide platziert. Suchen. Ich dachte, wir gehen jetzt durch die Wand. Ich hab einen. Ich hab einen. Gibt nur wie gerade. Geile Titen hat aufgeholt! Äh, Yannis, wenn die da oben in Heaven ist, da hinten in der Ecke, tut die einfach wegsmogen, dann kann sie nichts mehr machen. Also ich mein hier, da in der Ecke, da oben. Ja, so nach Runde 19 sollte man vielleicht erklären. Also Smokes, bei B machst du am besten hier und hier. Und auf A machst du am besten hier und entweder hier oder hier oder hier. Das kannst du dir aussuchen. Und den letzten kann ich nicht pinken, da. Das sind so die Standard-Smokes, die man macht. Oh, wir müssen sparen. Ich spare, findet ihren Schwachpunkt und nutzt ihn. Geschützturm steht. Ah, fuck. Oh, scheiße. Der ist rechts gewesen. Schön. Wir sind noch zwei im Spot. Okay, wir sollten gehen. Da ist die Operator. Letzter lebender Verzündete. Aber da auch nicht. Vielleicht konnte er nicht mehr weg. Okay, aber vergessen wir mal. Wankt nicht. Wir sind Valorant. Wir sind Kämpfer. Platziere Punkt. Also wir haben uns gleich am besten hier und hier. Smoken. Wird Zeit, mein Rudel zu rufen. Letztes darfst du dir aussuchen. Von hier kannst du nicht. Du musst erst näher ran. Rauch ist raus. Falco, flieg. Rauch im Anmarsch. Du hast gut gekämpft. Nice. Go, go, go. Von hinten kommen sie schon. Bombe uns von dem Planten. Lade nach. Ist keiner da. Ah, fuck. Scheiße, 120. Nein, die Wand war scheiße. Sie gibt mir einen Headshot. Letzter lebender Verbündeter. Markier mal. Ist nicht so durchgekommen. Shit, der steht da noch. Hätte ich bei der Wand wissen können. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Zeit zum wieder auffüllen. Oh, was reicht nicht? 50 Shorts, so ne Scheiße. Äh, weg mit dem Hundi. Unless... So. Na, mit den Smokes ein bisschen später. Wir sind auch gar nicht auf dem Push. Ja, auch ganz bei der Zeit. Wir machen ja nichts. Rauch ist raus. So. So. Die kommen schon bis. Wollen wir verschieben? Unser Cheap hat einen. Oh man, wieder 120. Klappe zu, Affe tot. Nein! Scheiße. Nein, wieso musstest du ihn töten? Was ist passiert? Weil er ist wieder gekommen, deswegen. Ich hätte ihn gemessert. Für sich. Letzter lebender Verbündeter. Netter Versuch. Level 3 ist süß. Du bist noch nicht fertig. Nicht, das ist ja irre. Uff. Noch 30 Sekunden. Sieere Alarm-Bot. Jet am Boden. Letzter lebender Verbündeter. Wir haben ein Holt für dich gemacht. Super. Ich würde gerne halten. What? Hast du ihn nicht gesehen? Ja doch. Aber ich wollte nicht ins Blaue schießen. Nicht so weh. Matchpunkt. Sobald meine Rauchwolken dem Gegner die Sicht versperren. Lauf wieder um die Frage, wenn ich sag's euch. Egal wer gewinnt, gleich hagelt es Isis. Ja. Ich würde auch wieder arm. Willen geh ich aber gern. Such mal drauf. Einfach Lärm vorhin. Genau. Smoke mal schön hinten Lärm ab. Pass auf. Du stehst immer so auf dem Lärm. Jetzt. Lade nach. Pinden ist nicht bis drüber. Au. Rechts close bei dir. Ich habe mich nicht gemacht. Bummi noch Heilung. Äh, bei Heaven. Heaven, ja. Geh einfach planten. Ich hab sie nicht. Nee, nochmal lege ich mich nicht mit dem Anruf. Gejobbt. Kommt runter. Die Waffe gewechselt. Wir sind hier fertig. Oh, die Sinfonie des Todes. Keine Bange, ihr gewöhnt euch dran. Äh, Yannis, du kannst anfragen, ich kann ja kaufen. Letzte Runde. Kannst du dir volle Rüstung holen? Ey, vielleicht vorletzter. Ja, ich mein, zu kaufen. Auch in der nächsten Runde kaufen wir noch. Ja, aber ich mein, auch so anderes Geld. Wessen Geld haben wir dann? Nicht zu viel nachdenken. Das ist meine Hauptsache. Das könnte dann auch close sein. Close rechts. Nee. Fuck, verzogen. Der ist rechts in der Ecke. Das gibt's nicht. What? Durch die Smoke? Kommt mal die Ohren drauf. Da ist ne Heiler-Arf. Lass uns wechseln. Das sind zwei Operators auf B. Geht einfach schnell. Geht schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ja. Hol noch vielleicht den Orb für die Ult. Yannis, rüber, rüber. Ich B. Ich leg. Dann muss ich rüber. Soll ich während sich folgen? Aus dem Weg! Fuck. Oh, 100. Letzter lebender Verbündeter. Ausgeschaltet. Nein, die ist ja gar nicht für uns. Warum steht die denn dort, die Bombe? Nein, weil ich vom Bordzimmer kam. Aber wir hatten doch alles offen. Die waren doch B. Nee, zwei waren B. Der dritte Bombekannt. Ja. Ich musste schnell legen. Oh. Ja, Level 7. Doch keine Easies. Doch nicht solche Arschlöcher. Genau. Da.